Heute befassen wir uns mit dem kompletten Vorstellungsgespräch. Mit dabei Jessica, eine waschechte und aktive Recruiterin. Mein Name ist Ben und jetzt viel Spaß bei... Ich habe euch hier auf diesem Kanal schon viele Tipps für ein erfolgreiches Vorstellungsgespräch gegeben. Heute aber schauen wir uns mal ein fiktives Jobinterview in voller Länge an. Unser Bewerber Max, so haben wir ihn getauft, bewirbt sich als Mitarbeiter im Vertrieb und stellt sich den Fragen unserer Recruiterin Jessica. Gemeinsam schauen wir uns jetzt gleich an, was unser Bewerber Max schon richtig gut macht und ihr vielleicht mit in euer nächstes Vorstellungsgespräch nehmen könnt. Aber auch, was nicht so gut ist und ihr auf keinen Fall machen solltet. Ein Hinweis noch an dieser Stelle, die Beispielantworten, die unser Bewerber Max heute gibt, sind natürlich nicht allgemeingültig. Also nicht einfach die Antworten für euer nächstes Vorstellungsgespräch kopieren, denn jedes Gespräch läuft einfach nur mal individuell. Nehmt die Beispiele aus diesem Video eher als Orientierungshilfe. Und ein zweiter Hinweis, bei diesem Vorstellungsgespräch duzen sich die Recruiterin und der Bewerber. In vielen Unternehmen herrscht inzwischen Dutzkultur und deswegen haben wir hier auf das förmliche Sie verzichtet. Was mir persönlich echt besser gefällt, muss ich gestehen. Aber auch was die Kleidung betrifft, kann das je nach Job und Unternehmen natürlich anders aussehen, als in unserem Beispiel jetzt. Aber ich würde sagen, jetzt legen wir erstmal los. Auf geht's. Hallo Max, erstmal schön, dass du hier bist. Ich habe gesehen, du hast ja eine etwas längere Anfahrt gehabt. Hast du denn gut hierher gefunden? Ja, vielen Dank. Ja, doch, die Anreise war sehr angenehm. Ich hatte keinen Stau auf der Strecke und das ist ja auch nicht so ganz selbstverständlich für diese Strecke. Von daher alles gut. Sehr gut. Der Klassiker. Die meisten Vorstellungsgespräche starten mit Eisbrecherfragen. Hier ruhig etwas ausführlicher Antworten. Eingrooven und nicht nur Ja oder Nein. Ihr wisst ja, der erste Eindruck zählt. Und aufgepasst. Es kann natürlich passieren, dass euer Gesprächspartner euch zum Beispiel am Empfang abholt. Ihr gemeinsam zum Meetingraum geht, in dem das Gespräch stattfindet und der Personale auf dem Weg dorthin nichts sagt. Dieser Moment der Stille kann unangenehm sein. Und schweigt ihr die komplette Zeit, wirkt das nicht gerade so, als wärt ihr jetzt super kommunikativ. Ergreift also auch dort gerne die Initiative für ein wenig Smalltalk. Bedankt euch zum Beispiel schon mal für die Einladung. Oder sagt etwas wie, sie haben hier echt ein schönes Bürogebäude. Das lockert die Situation auf. Und ganz wichtig, wenn ihr euch die Hände schüttelt, dann achtet auf einen angemessenen Händedruck und Augenkontakt. Wegen Corona haben wir bei dieser Begrüßung natürlich in dem Video bewusst darauf verzichtet. Jedes Vorstellungsgespräch startet in der Regel mit der Vorstellung des Unternehmens. Nutzt diesen Moment, um ein wenig durchzuatmen. Euch zu entspannen und ganz wichtig, zuzuhören. Denn oft nutzen Personaler zu Beginn des Gesprächs die Gelegenheit, Infos zum Ablauf des Gesprächs oder dem weiteren Verlauf des Bewerbungsprozesses zu geben. Hört ihr dich zu und fragt am Ende des Gesprächs nach genau diesen Aspekten, hinterlässt das natürlich keinen guten Eindruck. Ja, Max, wir hatten ja schon vor ein paar Tagen miteinander gesprochen. Ich freue mich, dass du heute nochmal hier bist. Und ganz kurz nochmal zu meiner Person. Ich bin jetzt seit fast vier Jahren hier im Unternehmen und Rekruterin, verantworte die Position, über die wir heute sprechen. Vorab, wie sieht der Prozess bei uns aus? Heute führen wir erstmal das Erstgespräch alleine. Im nächsten Schritt würde dann jemand vom Fachbereich dazukommen und du würdest noch einige andere Kollegen kennenlernen. Und ganz wichtig an der Stelle, es würde dann auch noch ein Team kennenlernen stattfinden. Uns ist immer ganz gut wichtig, dass du einen Eindruck hast von den Personen, mit denen du dann am Ende auch zusammenarbeitest. Und das können wir dir am besten vermitteln, wenn du dann auch dein zukünftiges Team an der Stelle kennenlernst. Ich freue mich jetzt erstmal noch ein bisschen mehr über dich zu erfahren. Ich habe natürlich deinen Lebenslauf vorliegen. Aber gib mir doch nochmal einen ganz kurzen Abriss darüber, was du in den letzten Jahren gemacht hast. Ja, sehr gern. Also ich bin Max Müller, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Köln. Habe auch in Köln mein Abitur gemacht am Goethe-Gymnasium. Habe danach mich dazu entschieden, eine Ausbildung zu machen zum Bankkaufmann. Habe dann kurz BWL studiert, habe gemerkt, dass das nicht so wirklich was für mich ist. Habe dann als Kundenberater in der Telekommunikationsbranche gearbeitet. Und ja, möchte einfach jetzt eine neue Herausforderung suchen und fand, dass die Stellenausschreibung ganz spannend war. Na, was meint ihr? Hat Max sich hier gut angestellt? Nein, hat er nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hat er eine schlechte Körperhaltung, also er beugt sich nach vorne und verschränkt die Arme. Das wirkt natürlich nicht besonders auf. Zweitens, er gibt einfach stupide seinen Lebenslauf wieder. Denkt immer daran, Personaler haben euren Lebenslauf vorliegen und kennen euren beruflichen Werdegang schon. Versucht also mehr darauf einzugehen, wer ihr seid, welche Qualifikationen ihr mitbringt und baut eure Stärken gekonnt in eure Selbstpräsentation ein, die in der Stellenanzeige gefordert werden. So Max, ich würde sagen, das kannst du besser. Auf ein neues. Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Max Müller. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus Köln. Ich bin seit drei Jahren in der Telekommunikationsbranche bei der Muster GmbH im Kundenservice aktiv und bin dort speziell im B2C-Umfeld für die Zufriedenheit unserer Geschäftskunden zuständig. Ich glaube, wenn man sich meinen Lebenslauf anschaut, dann wird ein Aspekt sehr schnell deutlich, nämlich er ist geprägt von einer direkten Kundenbeziehung. Ich habe eigentlich schon während meiner Schulzeit festgestellt, dass mir Dinge liegen, die mit Kommunikation zu tun haben. Ich würde mich als sehr aufgeschlossen bezeichnen, als auch kommunikationsstark. Und ich habe mich deswegen auch nach meinem Abitur bewusst dazu entschieden, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen, weil man in diesem Bereich ja auch häufig sehr direkten Kundenkontakt hat. Was ich super spannend fand in diesem Bereich, war maßgeschneiderte Produkte für Kunden wirklich auch in den Verkauf zu bringen. Und ich habe auch da erste Erfolge erzielen können. Ich habe mich dann für ein BWL-Studium entschieden, weil ich dort auch ein gewisses theoretisches Wissen mir aneignen konnte. Und seit drei Jahren bin ich jetzt nun im Kundenservice-Center zuständig. Das war am Anfang durchaus eine große Herausforderung für mich, weil ich es nicht gewohnt war, im telefonischen Kundenkontakt zu stehen. Aber ich würde mich als jemand bezeichnen, der sich sehr schnell in neue Aufgabenbereiche einarbeiten kann, der sehr schnell dazulernt. Und deswegen würde ich sagen, es ist mir auch sehr, sehr schnell gelungen, erste Erfolge in diesem Bereich vorzuweisen. Ich habe dann auch schon sehr frühzeitig wichtige Kunden übernommen. Und wie das ja im direkten Kundenkontakt häufig so ist, da läuft nicht immer alles glatt. Da gibt es auch schon mal Probleme, die man lösen muss, die auch sehr knifflig sind. Aber wie gesagt, ich bin jemand, der sich da gerne reinfuchst und habe mich da sehr, sehr schnell auch gut zurechtgefunden. Jetzt ist es so, dass ich einfach eine neue Herausforderung suche und bei mir die Erkenntnis gereift ist, dass mich wirklich der Verkauf, also trotzdem am Kunden nah dran zu sein, aber die Produkte zu verkaufen, sehr reizt. Und ich möchte mich einfach in diesem Bereich jetzt weiterentwickeln. Und so wie ich ihr Unternehmen bislang wahrgenommen habe, bieten sie Menschen diese Möglichkeit, auch Stärken zu fördern und weiterzuentwickeln. Das finde ich sehr, sehr reizvoll und ich wäre gerne Teil dieses Parts und finde diese Aufgabe sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Max. Ich würde gerne auch noch mal auf dein Studium zu sprechen kommen. Du hast gesagt, das hast du abgebrochen. Vielleicht kannst du mir noch mal im Detail erklären, woher diese Entscheidung kam. Also ich glaube, ich muss rückblickend schon ehrlich sagen, dass ich wahrscheinlich vor dem Studium eine andere Erwartungshaltung hatte und diese Erwartungshaltung am Ende nicht erfüllt wurde. Es war mir ein Tick zu theoretisch und ich habe mich dann einfach dazu entschlossen, wieder mehr den Praxisbezug zu suchen. Und ich war auch damals zu dem Zeitpunkt der Meinung, dass den Weg, den ich für mich sehe und den ich einschlagen möchte beruflich, dass ich da auch erfolgreich sein kann, ohne ein abgeschlossenes Studium. Und ich glaube, dass das auch möglich ist. Vielen Dank. Ein schönes Beispiel. Unser Bewerber Max hat sein BWL-Studium abgebrochen. Es ist klar, dass unsere Recruiterin exakt nach den Gründen des Studienabbruchs fragt. Also, ganz wichtig. Solltet ihr eure Ausbildung oder euer Studium abgebrochen haben oder eine Lücke im Lebenslauf besitzen, dann bereitet euch gut auf diese Frage vor, denn sie wird sehr wahrscheinlich gestellt werden. Ihr werdet deswegen nicht per se abgelehnt. Da könnt ihr euch sicher sein. Nur solltet ihr diese natürlich gut und verständlich erklären können, wie es unser Bewerber Max gerade getan hat. Hierzu packe ich euch auch nochmal den Link zu meinem Video Lücken im Lebenslauf mit in die Infobox, wo ich nochmal ganz genau auf das Thema eingehe. Würdest du diese Entscheidung rückblickend genauso nochmal treffen? Also, man ist ja im Nachhinein immer schlauer als vorher und ich müsste jetzt lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich es nochmal exakt genau so machen würde. Letztendlich rückblickend kann man so argumentieren, zu sagen, dass es etwas verschenkte Zeit war, dieses BWL-Studium zu absolvieren, wenn man es am Ende abbricht. Aber ich bin grundsätzlich ein Mensch, der der Meinung ist, man muss Dinge auch mal ausprobieren, um festzustellen, was einem wirklich liegt. Und so muss ich sagen, betrachte ich es in meinem Lebenslauf und das ist dann für mich auch völlig okay. Eine interessante Frage der Recruiterin, aber auch eine knifflige. Denn hinter der Frage steckt die Intention herauszufinden, wie selbstreflektiert ihr seid und ob ihr beispielsweise aus den Fehlern gelernt habt. Antwortet ruhig, selbstbewusst, aber vermeidet Antworten wie, ja, ich würde alles nochmal ganz genauso machen. Ja Max, was mich jetzt natürlich interessiert, ist, was genau reizt dich am Vertrieb und warum gerade bei uns? Also ich finde grundsätzlich die Vertriebsarbeit total spannend und warum gerade euer Unternehmen. Ich finde einfach, dass ihr euch sehr interessant positioniert und würde das ganz gerne machen. Vielen Dank. Ein Satz mit X, das war wohl nichts. Der Grund, wieso man sich auf eine Stelle bewirbt, wird mit einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit gefragt. Hier heißt es, sich genau vorher zu überlegen, mit welcher Motivation man sich auf den Job bewirbt. Was reizt euch? Wo liegen eure Stärken, die ihr voll nutzen könnt? Was wird in der Stellenanzeige gefordert, womit ihr punkten könnt? Und so geht es besser. Also ich habe das ja eben schon mal kurz angerissen. Ich habe während meiner Ausbildung schon festgestellt, dass ich es sehr, sehr reizvoll finde, in einem Umfeld zu arbeiten, in dem es darum geht, Produkte zu verkaufen. Und hinzu kommt die Tatsache, dass ich einfach Herausforderungen liebe. Und Vertrieb, sind wir mal ehrlich, heißt Herausforderung. Man muss jeden Tag an seine Grenzen gehen. Man muss jeden Tag neu motiviert sein. Man muss vor allem auch mit Rückschlägen umgehen können. Und das passt sehr gut zu mir, würde ich sagen. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Ich setze mir sehr gerne ambitionierte Ziele und erreiche diese auch gerne. Also das ist schon durchaus eine, würde ich sagen, intrinsische Motivation bei mir. Grundsätzlich ist es so, dass Vertriebseinheiten oft durch ein gewisses Teamgefühl geprägt sind. Und damit kann ich mich sehr, sehr gut identifizieren. Ich bin ein absoluter Teamplayer. Das sieht man nicht nur im beruflichen Kontext, auch privat im sportlichen Umfeld. Und wenn ich bisher richtig verstanden habe, die Außendarstellung eures Unternehmens, ihr legt sehr, sehr viel Wert auf den Menschen, auf die Mitarbeiter. Und ihr legt sehr, sehr viel Wert, dass ihr die Ziele auch gemeinsam als Team erreicht. Und das ist etwas, was ich total attraktiv finde, womit ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Und ich glaube, es würde sehr gut passen, dass ich mit Teil dieses Vertriebsteams werde. Vielen Dank. Max, wenn du deine berufliche Karriere für dich nochmal reflektierst, was würdest du sagen, worauf bist du besonders stolz und was war dein größter Erfolg? Also es ist ja im Rahmen einer Ausbildung zum Bankkaufmann so, dass man relativ früh lernt, im direkten Kundenkontakt zu sein. Was man aber ehrlicherweise nicht lernt, ist, ein guter Vertriebler zu werden. Ich habe aber trotzdem im Rahmen dieser Ausbildung sehr, sehr früh mir dieses ambitionierte Ziel gesetzt, eine gewisse Anzahl an Abschlüssen zu erreichen. Das war damals in meinem dritten Ausbildungsjahr. Und das ist nicht so ganz selbstverständlich, dass man eine gewisse Anzahl an Bausparverträgen und Wertpapieren verkauft. Zwar ein sehr ambitioniertes Ziel, aber ich fand diese Herausforderung damals schon so attraktiv, dass ich gesagt habe, okay, ich setze mir dieses Ziel und ich schaffe das auch. Und ich habe das Ziel erreicht. Ich habe es sogar übertroffen. Und ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber da bin ich rückblickend schon ganz stolz drauf. Super, das klingt toll. Das war gut. Ein heißer Tipp ist immer, ein Beispiel aufzuführen und daran zu erklären, wieso man erfolgreich war. Genauso wie Max es in dem Fall gemacht hat. Setze hier den Fokus auf etwas, was den neuen Arbeitgeber auch nützen würde. Max, wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren? In den nächsten fünf Jahren, da bin ich 36. Ja, da hätte ich schon ganz gerne eine Führungsposition. Keine gute Antwort. Hier ist nicht entscheidend, was genau in fünf Jahren passiert oder nicht. Vielmehr interessiert es den Recruiter, was eure Ziele sind und wo ihr hinwollt. Wollt ihr Projekte leiten? Ein Team führen? Macht euch hier unbedingt im Vorfeld Gedanken zu. Aber macht besser, nicht den Fehler zu fordern zu wirken. Zu sagen, dass ihr in fünf Jahren auf dem Chefsessel sitzen möchtet zum Beispiel, klingt zu forscht. Besser eine Antwort nach diesem Muster. Also meine kurzfristigen Ziele wären jetzt tatsächlich erst einmal, mich im Vertriebsumfeld zu etablieren. Darunter stelle ich mir vor, Kunden zu gewinnen, einen Kundenstamm aufzubauen, diese Kunden auch zu halten und natürlich meine Stärken, die ich mitbringe, weiterzuentwickeln. Wenn wir jetzt den Blick weiter vorauswerfen, was in fünf Jahren ist, kann ich mir durchaus auch vorstellen, mehr Verantwortung zu übernehmen. Ich bin schon jemand, der gerne auch mal seine Komfortzone verlässt, der sich also nicht davor scheut, neue Herausforderungen zu übernehmen. Und das kann dann auch mal ein großes Projekt sein. Das kann vielleicht sogar mal ein kleines Team sein. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen auf lange Sicht. Mhm. Okay. Vielen Dank für deine Ausführungen. Ähm, wo siehst du denn deine Entwicklungsfelder? Na, welche eigentliche Frage verbirgt sich hier hinter? Richtig, die Frage nach euren Schwächen. Kaum ein Personaler stellt heutzutage noch die Frage, was sind Ihre oder deine Schwächen? Stattdessen wird diese Frage versteckt in andere Fragen verpackt, wie diese zum Beispiel. Was ihr vermeiden solltet, vermeintliche Schwächen als Stärken zu verkaufen, wie Ich bin ein absoluter Perfektionist. Das will kein Personaler hören. Auch die Tatsache, dass ihr ungeduldig seid, ist zu abgedroschen. Natürlich solltet ihr keinen allzu großen Makelpreis geben, beziehungsweise sehr private Schwächen angeben, wie Mir fällt es schwer, morgens aus dem Bett zu kommen. Aber schauen wir doch mal rein, wie unser Bewerber Max mit dieser Frage umgeht. Also, wo ich auf jeden Fall Entwicklungspotenzial sehe, ist so bei dem Thema Frustrationstoleranz. Es ist schon mal vorgekommen in der Vergangenheit, dass ich mich mal kurz ein paar Sekunden schütteln muss, wenn ich einen Rückschlag einstecke. Ich habe aber gelernt, damit umzugehen und einfach sich auf das nächste Ziel zu fokussieren. Das gelingt mir sehr, sehr gut. Ein zweiter Punkt, an dem ich sicher noch arbeiten könnte, ist so dieses Thema Workload. Ich glaube, viele kennen das. Es ist mir in der Vergangenheit oft passiert, dass ich dann netterweise einige Aufgaben der Kollegen auch mit übernommen habe und dann irgendwann festgestellt habe, jetzt liegt aber ziemlich viel auf meinem Tisch rum. Und ich glaube, auch da ist es mir aber bisher auch immer besser gelungen, auch mal Nein sagen zu können und selber einzuschätzen, ja, in dem Bereich kann ich den Kollegen jetzt noch helfen, übernehme gern noch ein paar Aufgaben oder in dem Bereich geht es jetzt eben nicht. Also, was unser Bewerber Max richtig gut gemacht hat, er hat Schwächen beim Namen genannt, aber gleichzeitig auch beispielhaft erläutert, wie er an diesen Schwächen arbeitet. Das ist sehr gut. Orientiert euch gerne an diesem Muster für euer nächstes Vorstellungsgespräch. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat sich widersprochen. Er nennt seine nicht ganz ausgeprägte Frustrationstoleranz. Aber ganz am Anfang des Vorstellungsgesprächs hat er betont, er sei ehrgeizig und könne auch gut Niederlagen verkraften. Vermeidet also unbedingt Widersprüche. Was würdest du bei deinem jetzigen Unternehmen am meisten vermissen? Das ist ziemlich einfach, ganz klar, die Kultur. Sprich, die Kollegen, ich habe mich sehr wohl gefühlt oder fühle mich immer noch sehr wohl, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, genieße das sehr. Da ist mir auch sehr wichtig, dass man sich im Team sehr, sehr gut versteht. Und auch das Verhältnis zwischen den Vorgesetzten und den Mitarbeitern war einwandfrei. Und das wäre schon etwas, was ich vermissen würde. Okay. Was wäre für dich so ein No-Go? Also was müsste passieren, damit du deine Entscheidung am Ende bereust, wenn du in ein Unternehmen wechselst? Also ich glaube, womit ich wirklich ein Problem hätte, wäre mangelnder Respekt zwischen den Kollegen. Ich bin der Meinung, es spielt keine Rolle, ob jetzt der CEO mit dem Praktikanten sich unterhält. Respekt für den anderen aufzubringen, das ist das Wichtigste, sonst kann es nicht funktionieren. Das ist schädlich für die gesamte Unternehmenskultur, wenn das nicht stimmt. Damit hätte ich, glaube ich, ein Problem, wenn man wirklich feststellen würde, dass man diesen Respekt dort nicht immer erhält. Und ich glaube, dass ich mit Ungerechtigkeiten sehr schlecht umgehen kann. Das wären zwei Dinge, wo ich, glaube ich, an meine Grenzen stoßen würde. Mit diesen Fragen versucht unsere Recruiterin, den Bewerber etwas zu entlocken. Nämlich, wie er beispielsweise über seine Ex-Kollegen denkt. Max macht das hier sehr gut, denn er redet gut über seinen letzten Arbeitgeber. Ob da wirklich so eine tolle Kultur herrschte oder die Vorgesetzten sich tatsächlich immer einwandfrei verhalten haben, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, so schlecht das Zeugnis auch ist, dass ihr eurem jüngsten Arbeitgeber am liebsten aufstellen wollt, nennt es nicht beim Namen. Äußert ihr euch schlecht über euren letzten Arbeitgeber, hinterlässt das keinen guten Eindruck. Auch die Frage, was euch auf die Palme bringt, ist von der Recruiterin wohl überlegt. Denn damit möchten Personale herausfinden, wie ihr in Stresssituationen reagiert. Jetzt kommen wir nochmal zu einem sehr wichtigen Thema. Gerade im Vertrieb, da hast du dir sicherlich schon Gedanken zu gemacht. Welches Gehalt stellst du dir für diese Position bei uns vor? Also gemessen an den Anforderungen, die ihr ja an diese Position habt, stelle ich mir ein fixes Gehalt von 35.000 jährlich vor. Mit einem zusätzlichen erfolgsorientierten Variablenanteil von 20%. Ich finde, dass das wirklich auch gemessen an dem, was man mitbringen muss für diese Stelle, durchaus angemessen ist. Zugegeben, viele tun sich schwer damit, ein konkretes Gehalt zu nennen. Max macht es hier sehr gut. Er hat sich klare Gedanken gemacht, sich mit den Anforderungen der Stelle auseinandergesetzt und eine klare Summe genannt. Ganz wichtig, nehmt nie eine Spanne. Wenn ihr sagt, ihr wollt zwischen 40.000 und 45.000 Euro verdienen, wird sich das Unternehmen eher an den 40.000 orientieren. Klar. Außerdem gilt, seid selbstbewusst und begründet eure Gehaltsvorstellung. Größtes No-Go ist es, wenn ihr nichts sagt oder sagt, ihr habt euch noch keine Gedanken gemacht. Und noch etwas ist wichtig, was in unserem Beispiel ganz gut zu sehen war. Max hat eine Summe genannt und unsere Recruiterin Jessica hat daraufhin einige Sekunden geschwiegen. Das kann durchaus passieren. Und wer kennt es nicht, solche Momente kommen einem einmal ab und zu mal wie eine Ewigkeit vor. Dabei ist es einfach nur ein kurzer Augenblick. Haltet diesen Moment der Stille aus und fangt nicht an, euch um Kopf und Kragen zu reden. Okay, wunderbar. Max, ich habe tatsächlich keine Fragen mehr an dich. Was möchtest du jetzt noch von mir wissen? Ich muss sagen, eigentlich haben wir alle Fragen geklärt. Vielen Dank. Diese Frage, auch ein Klassiker. Ihr könnt euch darauf einstellen, dass sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kommen wird. Unser Bewerber Max hat mit Sicherheit so einige Fragen. Doch so schnell hat er sie einfach nicht parat. Keine Seltenheit im Vorstellungsgespräch, in dem man ja sowieso aufgeregt ist. Und einfach viele Informationen einfach auf einen einprasseln. Den größten Fehler, den man aber jedoch machen kann, ist es tatsächlich, keine Frage zu stellen. Denn das wirkt schnell desinteressiert. Und der Gegenüber hat den Eindruck, als würde der Bewerber gern so schnell wie möglich flüchten wollen. Und schließlich wollt ihr auch genau wissen, ob das Unternehmen letztendlich zu euch passt und die Stelle geeignet ist. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, das herauszufinden. Beispiel. Wie werden die Arbeitszeiten geregelt? Wie groß ist mein Team? Oder einfach, wie geht der Bewerbungsprozess weiter? Wann kann ich mit Feedback rechnen? Notiert euch am besten vorab einige Fragen. Und lieber eine zu viel, als eine zu wenig. Und lest sie ruhig vor dem Notizblock ab. Das zeigt, ihr seid vorbereitet. Und im Idealfall entsteht so am Ende nochmal ein Gespräch. Schauen wir aber nochmal rein, wie es gehen könnte. Ja, erstmal zunächst vielen, vielen Dank. Schon mal vorab für dieses sehr freundliche und informative Gespräch. Ich habe schon mal einen sehr, sehr guten Eindruck erhalten von eurem Unternehmen. Ich hätte tatsächlich noch die eine oder andere Frage. Und zwar, du hast ja gesagt, du bist auch schon einige Jahre hier im Unternehmen aktiv. Mich würde einfach mal aus deiner Perspektive interessieren, was genau macht dir Spaß, jeden Tag hierher zu kommen? Also für mich sind tatsächlich die Kollegen entscheidend, mit denen ich hier zusammen arbeite. Das heißt, ich habe ein Team, das aus ca. 20 Mitarbeitern besteht. Und wir sind ein sehr, sehr eingespieltes Team. Wir verstehen uns alle sehr gut. Und ich arbeite natürlich auch in meiner Position mit vielen anderen Managern und Abteilungen zusammen. Und ich muss sagen, für mich stehen an erster Stelle die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich finde, das ist ein sehr schönes Miteinander. Aber auch die Weiterentwicklung, die ich hier im Unternehmen letztendlich machen konnte. Dass ich mich in verschiedene Positionen weiterentwickelt habe und das auch unterstützt wurde. Okay, vielen Dank. Angenommen, ich würde jetzt die Stelle erhalten und würde jetzt bei euch im Unternehmen starten. Was würdest du sagen, sind so ganz wichtige Erwartungen, die an mich gestellt sind? Was sind so Meilensteine in den ersten Wochen oder Monaten? Also du würdest dich zu Beginn direkt mit deinem Vorgesetzten zusammensetzen und bekommst einen strukturierten Einarbeitungsplan. Das heißt, zunächst starten wir in der Theorie. Du bekommst Vertriebsschulung, Produktschulung und wirst sozusagen in dieser Rolle von vornherein direkt fit gemacht. Das heißt, nicht ins kalte Wasser geschmissen. Und in diesem Einarbeitungsplan sind auch feste Meilensteine fixiert. Das heißt, du hast feste Ziele, setzt sich in der Einarbeitung und in den ersten Monaten immer wieder regelmäßig mit deinem Vorgesetzten zusammen. Und ihr schaut, wie du deine Ziele erreicht hast und ob du vielleicht auch noch Unterstützung von uns benötigst. Ja, vielen Dank. Klingt sehr, sehr interessant. Du hast ja gerade so diesen Zeitraum angesprochen der ersten Wochen, der ersten Monate. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht es grundsätzlich bei euch im Unternehmen aus mit der Entwicklung eurer Mitarbeiter? Gibt es da so etwas wie konkrete Entwicklungspläne beispielsweise? Also, wenn wir über deine jetzige Rolle sprechen, haben wir natürlich ein sehr großes Interesse daran, dass du dich auch innerhalb dieser Positionen weiterentwickelst. Das heißt, wir haben internen und externe Trainer, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten. Das heißt, da wirst du natürlich in deiner Rolle auch über die nächsten Monate hinaus und Jahre geschult. Und darfst aber auch jederzeit sagen, dass du vielleicht in einer bestimmten Sache ein individuelles Training benötigst. Das wir dir dann auch sehr gerne zur Verfügung stellen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass du vielleicht in eine andere Position reinwachsen möchtest, dann ist das natürlich auch möglich. Voraussetzung ist natürlich, dass diese Position bei uns wakant ist im Unternehmen. Und dann starten wir mit dir in einen internen Bewerbungsprozess. Das heißt, wir stellen in diesem Prozess dann auch fest, welche Entwicklungsfelder hast du vielleicht, was benötigst du noch, um in diese Rolle reinzuwachsen. Und auf Basis dieses Gesprächs, dieses Prozesses, würden wir dann einen Entwicklungsplan mit dir zusammen erstellen. Das klingt sehr gut. Das ist mir in der Tat auch sehr wichtig, dass man einfach diese Perspektive hat, dass es Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln und das auch vom Unternehmen getrieben wird. Finde ich sehr, sehr gut. Super. Max, wenn du jetzt keine Fragen mehr hast, dann möchte ich mich auf jeden Fall für deine Zeit bedanken. Danke, dass du die Anreise auf dich genommen hast. Ich möchte dir gerne auch nochmal einen Ausblick geben, wie wir jetzt weitermachen. Ich würde jetzt meine Eindrücke, meine Notizen, die ich mir auch gemacht habe, mit dem Fachbereich besprechen. Und du kannst auf jeden Fall mit einem Feedback von mir innerhalb der nächsten zwei Tage rechnen. Das heißt, ich werde dich anrufen, wir werden das Ganze besprechen. Und dann hatte ich ja bereits zu Beginn gesagt, dass noch ein weiteres Treffen anstehen würde, bei dem du sowohl den Fachbereich als auch dein Team kennenlernen würdest. Alles klar. Dann sage ich auch nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr informativ. Ich glaube, ich habe schon ein sehr, sehr gutes Bild davon gewinnen können, wie ihr als Unternehmen tickt und vor allem, was eure Unternehmenskultur betrifft. Und ja, würde mich dann freuen, von euch zu hören. Danke. Sehr gut hier. Es kam ein Gespräch auf. Und Max hatte sich einige Fragen vorab überlegt, sie aufgeschrieben und diese Notizen vor sich liegen. Macht das gern genauso. Ebenso positiv ist, dass unser Bewerber Max am Ende nochmals einen sehr guten Eindruck hinterlassen möchte, indem er sich höflich für die Einladung und das Gespräch bedankt und unterstreicht, dass es sehr informativ war. Flüchtet also am Ende des Gesprächs nicht einfach aus dem Raum, sondern versucht einen positiven und sympathischen Eindruck zu hinterlassen. So, und hier habe ich nochmal fünf zentrale Tipps für euch zusammengefasst. Nutzt banale Situationen, um euch positiv zu präsentieren. Sei es im anfänglichen Smalltalk oder eben beim Verabschieden. Lest die Stellenanzeige sehr genau durch und seid in der Lage, die Anforderungen in eigenen Worten wiederzugeben. Begründen, begründen, begründen. Überlegt euch eine gute Story und Beispiele, um eure Motivation für die Stelle darzulegen und wieso ihr für den Job geeignet seid. Aufgeschlossene Körperhaltung und Blickkontakt zu euren Gesprächspartnern. Stellt Fragen. Das wirkt interessiert und hilft euch, euch selbst klar zu werden, ob der Job etwas für euch ist oder eben auch nicht. So, und jetzt kommen wir nämlich schon zum letzten Punkt und zwar, indem ich euch die Daumen drücke für euer Vorstellungsgespräch. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, im besten Fall natürlich geholfen hat, würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr uns euren Daumen nach oben gebt. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal ganz recht herzlichen Dank sagen an meine lieben Kollegen, die mich wirklich so tatkräftig bei diesem Projekt unterstützt haben und in meinen Augen es großartig gemacht haben. Und ansonsten kann ich nur sagen, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao und Ben raus.